Wir fahren jetzt mit den vier größten in dem Rad der Welt. Stimmt's? Mit den größten in der Welt. Und mit den größten in der Welt. Das ist 135 Meter. Ja. Hoch. Jetzt geht's auf. Es geht los. Ich weiß, bis jetzt immer nur das. Aber schaut euch das dazwischen an. Schaut, wie viele Boote. Schaut mal, Leute, wie klein das da unten alles ist. Wir sind gleich ganz oben. Und wir sind am höchsten Punkt vom ganzen Riesenrad. Eine kleine Tour. Und es geht wieder runter. Und wie hat's euch gefallen? Schreibt's unten in die Kommentare. Und was findet ihr besser? Das von heute oder das von gestern? Schreibt's auch unten in die Kommentare. Und wenn ihr das Video das von gestern nicht angeschaut habt, dann schaut schnell nach. Danke. Danke.